Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Ai, ai, ai. Wir sprechen uns noch. Ich denke, so langsam haben wir doch mal alles durchgesprochen hier überall. Hört einfach zu. Tür ist aufwöhnlich, kann nicht rein. Schade. Okay, da gehen wir jetzt mal weiter. Ich glaube, wir haben soweit jetzt wirklich alles durchgeguckt. Jedes Haus. Wobei, wir können ja jetzt nochmal zum Odo gehen. Dem sein Vertrauen haben wir ja mittlerweile. Und er kann ja Würfel, äh, das Würfelspiel. Das ist jetzt auch eine Quest, dass ich hier jeden von den drei in dem Würfelspiel besiegen muss. Und wie gesagt, da ich dem ja seinen Gefallen schon getan habe und sein Vertrauen gewonnen habe, dürfte er mit mir bestimmt würfeln. Dann machen wir das mal. Was habt ihr auf dem Herzen? Odo, es scheint, ihr wolltet Meister Gerwand betrügen. Was? Wann? Merzt es aus. Heuchler. Sultan sagte mir, dass ihr gerne würfelt. Was habt ihr auf dem Herzen? Was habt ihr? Wer war? Was ist ein Verständnis? Was ist das? Wir haben, was wir, das war. Wann? Wer war? Wir haben, was hat er? Sie haben, was ist. Wir haben, was ihr? Was hat das? Wer verwertet ihr, wenn wir vier? Was hat er. Ah, scheiße! Mist, das war der verkehrte Würfel. Nein! Ich will ja Geld gewinnen. Hm. Yeah! 230 Ohrens gewonnen. Das finde ich gut. Ach so, es gibt noch eine Runde. Mist. Oh, drei Fünfer direkt. Gibt mir Geld. Geht doch. Sehr schön, das freut mich. Da haben wir doch schon mal unseren zweiten Gegner besiegt. Und haben auch direkt mal ein bisschen Geld eingenommen. So, wer war eigentlich noch mal der? Ach so, ja. Diese Haaren war ja der andere. Aber da wir jetzt erstmal hier hinten sind, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir erstmal in die Gruft. Ein bisschen mal zu abwechseln, was Spannenderes machen. Und dann schauen wir mal, ob wir da gut durchkommen oder so. Ich vergeude meine Zeit. Und hier draußen ist eigentlich ein schöner Tag, beziehungsweise ein schöner Morgen. Wir haben immerhin, wie viel haben wir? Zehn vor sieben. Ups. Zehn vor sieben morgens. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Bisschen forschen und kämpfen. Und neue Zutaten finden. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Gohle sind wegen ihrer Leiche hier. Tipp, in dunklen Bereichen wie Höhlengewölbe sollt ihr den Drang Katze zu euch nehmen. Oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Na ja, da ist ja schon direkt ein Ghoul. Oh, das war wohl nichts. Oh, da ist noch einer. Okay. Äh. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist der andere? Ghoulvertrag. Hey, die habe ich jetzt schon voll. So, was ist der Hammer denn in dieser Glasviewe? Oh, da kann ich das gucken. Ah, nee. Konnte ich jetzt nur einen sammeln? Ach, komm, wir benutzen unseren Drang. Die haben wir ja extra zubereitet. Wo haben wir den denn? Schwalbe, Schneesturm, weiße Möwe. Katze. Sehr schön. Jetzt können wir wenigstens was sehen. Die Region wird betreten. Gruft. Oh. 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 Wo kam der jetzt her? Oh, wir haben ja einen neuen Ort, der macht. Huch. Was ist jetzt? Vitalität? Oh. Wenn der rote Balken 0 angezeigt hat, stirbt Gerard. Ach nee. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt noch schon so weit geschwächt bin. Wir haben ja noch Schwalbe. Hauen wir mal ein bisschen ab. Lassen wir uns ein bisschen heilen. Oh, ich bin tot. Wollt gerade zur Seite ausweichen. Gruft Auto-Safe. Okay. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass ich da sterbe. Hat das jetzt gespeichert, wenn wir die Halle betreten hatten? Nee, doch nicht. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Guhle sind wegen ihrer Leiche hier. Okay. Dann also einmal die Katze. Die Katze aus dem Sack. Und von mir aus Schwalbe. Wo machen wir den hin? Da. Sieben Stunden, zwei Stunden. Das wird ja wohl reichen. Ich komme doch mal zum Angeln. Okay, weiter geht's. Oh, was haben wir denn? Oh, nee. Komisch. Vorhin kam hier auch noch einer auf. Diesmal wohl nicht. Kämpfen wir erst mal gegen zwei. Stirb! Okay, jetzt gab's auf jeden Fall sehr gut. Jupp, das hat doch sehr gut funktioniert. So, taucht hier denn sonst noch einer auf, oder? Kreis des inneren Feuers. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegner Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirm, äh, rechstlich auf das hier, um so zauber zu wirken. Wählt ein Zeichen auf, um es über weitere Distanzen wirken zu können. Sehr schön. Schon wieder so ein Würfelset. Was kann ich denn damit machen? Kann ich da welche verkaufen oder sowas? So, das scheint's wohl gewesen zu sein hier. Oder auch noch nicht. Einer hat, will noch. Guck mal, der kommt ja zum Beispiel nicht zum Angreifen. Während hier manche dann irgendwie doch die ganze Zeit mit einem Angriff durchkommen. Ach, siehst du, ich musste sogar alle umbringen. Okay, da haben wir doch schon mal die Gruft ausgeräumt. Uiuiuiui. Okay, sehr schön. Was haben wir denn jetzt alles an Aufgaben? Gerade jetzt das mit dieser Frau. Gut, Vertrag war ja klar. Achso, fand ich außerdem die Leiche einer jungen Frau. Okay, das geht wohl auch an ihn. Hm. Okay, wir gehen jetzt doch unter die Stadtmauer und... machen da weiter ich habe ja jetzt wie gesagt die ganze gegend schon durchsucht keiner konnte mir informationen anhand eines buches geben oder irgendeine geschichte was man aus diesen dorn dingern da extra